Ardha Bhadanantum Natarajasana Der halb verschränkte, sich verneigende Natarajasana oder die halb verschränkte, verneigende Tänzerpose. Vivian zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die aufgerichtete Stehhaltung. Dann beuge das rechte Knie und fass mit der linken Hand von hinten an den Fuß. Den rechten Arm gibst du hinter dem Rücken und die Hand Richtung Oberschenkel. Dann beuge dich nach vorne, denn dieses Natum heißt nach vorne gebeugt. Du schaust dabei an meinen Punkt auf dem Boden und versuchst das rechte Knie immer höher zu geben, idealerweise sogar höher als den Kopf.